Jo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal und zum zweiten Törchen von meinem Adventskalender. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Wenn die ersten Fröste knistern in dem Wald bei Bayerisch Moos, geht ein Wispern und ein Flüstern in den Tannenbäumen los. Ein Gekicher und Gesumm ringsherum. Eine Tanne lernt Gedichte, eine Lerche hört ihr zu, Eine dicke, alte Fichte sagt verdrisslich, gib doch Ruh. Kerzenlicht und Weihnachtszeit sind noch weit. 24 lange Tage wird gekräuselt und gestutzt und das Wäldchen ohne Frage wunderhübsch herausgeputzt. Wer noch fragt, wieso, warum, der ist dumm. Was das Flüstern hier bedeutet, weiß man selbst im Spatzennest. Jeder Tannenbaum bereitet sich nun vor aufs Weihnachtsfest. Denn ein Weihnachtsbaum zu sein, das ist fein. Ich bin immer aufs Weihnachtsfest. Untertitelung. BR 2018